Das ist Zoe. Sie hat zwei Schwestern und sie liebt Luftfobholz der Folien. Das macht Spaß. Meine Schwestern bestellen halt viel auf Amazon und ja, wenn denn die Ware kommt und die ist zufällig in Luftpolsterfolie eingewickelt, dann ist das immer meine Luftpolsterfolie und dann macht es immer so viel Spaß, wenn die Bläschen denn so platzen. Und ja, das ist so ein geiles Gefühl. Und man trainiert seine Motorik damit. Wenn die Luftpolsterfolie alle ist, dann wartet Zoe nur darauf, dass ihre Schwestern mal wieder was bestellen. Guckst du dir da gerade wieder was Schönes aus? Ja, ich gucke, aber es sieht alles so teuer aus. Ich hoffe so sehr, dass da wieder eine Luftpolsterfolie mit bei ist. Ja, aber dafür kann ich nicht garantieren. Die Pakete kommen immer unterschiedlich. Ich weiß, aber trotzdem, die Überraschung, die ist doch immer am besten. Und die Vorfreude. Aha. Oh, das sieht auch interessant aus. Wir hoffen, dass bei dem nächsten Paket wieder eine Luftpolsterfolie für Zoe dabei ist. Und wir wünschen ihr noch viel Spaß beim Luftpolsterknappen. Mist, die ist schon aufgebraucht. Ich habe es 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 schon aufgebraucht.